In der schwülwarmen und dampfigen Luftmasse bilden sich heute Nachmittag zum Abend hin und in der kommenden Nacht zum Teil wieder heftige Schauer und Gewitter. Diese ziehen hier von Frankreich heran und treffen zunächst auf das Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Teile von Bayern und von Thüringen. Später auch geht es weiter Richtung Sachsen und in der zweiten Nacht helft nach Sachsen-Anhalt hoch an die Ostseeküste. In diesem Bereich müssen wir dann zum Teil mit Starkregen rechnen, mit Sturmböen, mit Hagel. Da kann es also Unwetter geben. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Auch morgen bleibt es wechselhaft. Ab Freitag wird es langsam ein bisschen stabiler und nach und nach immer wärmer. Nächste Woche steht sogar eine größere Hitzewelle an. Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Wir blicken zunächst mal auf die Bilanz im August. Bisher sind die ersten 15 Tage vorüber. Wir haben eine mittlere Temperatur von 17,4 Grad Celsius. Verglichen mit dem alten Klima mittel liegen wir 0,2 Grad darunter. Verglichen mit dem neuen Klima mittel liegen wir noch 1,3 Grad darunter. Und es gab schon jede Menge Niederschlag. Bisher 69 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit ist das Regensoll für diesen Monat jetzt schon zu 92 Prozent erfüllt worden. Und wir hatten bisher 82 Sonnenstunden und damit ist das Monatsoll in Sachen Sonnenscheindauer zu 41 Prozent erfüllt worden. Doch jetzt der Blick auf diese Gewitterlage heute am späteren Nachmittag und Abend. Hier mal die Lage um 20 Uhr heute Abend, mitteleuropäische Sommerzeit nach dem deutschen Wettermodell. Und wir sehen hier die ersten Schauer und Gewitter vom Saarland bis rüber nach Hessen reichen diese. Ja und die werden sich dann nach und nach verstärken. Besonders im Südwesten Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz und auch Baden-Württemberg und Hessen. Da gibt es zum Teil dann gegen Abend, gegen 22 Uhr hier in diesem Bereich sehr kräftige Schauer und Gewitter. Zum Teil eben auch mit Hagel, mit Starkregen und mit Sturmböen. Und das Ganze zieht dann langsam weiter Richtung Nordosten. Und wir sehen auch hier im Bereich Rhein-Main-Gebiet und Rhein-Neckar-Raum, da kann es besonders kräftig zur Sache gehen. Zum Teil erheblicher Regen. Und dieser Starkregen, der wird wahrscheinlich hier und da zu Überschwemmungen führen, von Unterführungen oder eben auch von Kellern. Die können da mal volllaufen oder eben auch mal Aquaplaning auf den Straßen, überschwemmte Straßen. All das wird in den nächsten Stunden hier in diesen Regionen zu einem Thema werden. Deswegen gut die Wetter- und Unwetterwarnungen beobachten. In der zweiten Nachthälfte geht es dann langsam weiter Richtung Nordostdeutschland. Auch hier zum Teil Richtung Sachsen-Anhalt einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Und zum Morgen hin könnte das Ganze auch hier die Ostsee erreichen, Hamburg und Teile von Niedersachsen. Und auch dahinter ist noch nicht Ruhe im Karton. Auch da immer noch zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter, die aus Frankreich Richtung Saarland und Rheinland-Pfalz nachziehen. Der Blick auf die Regensummen bisher. Wir haben hier mal dargestellt, alle Niederschläge seit 1881, den Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und wir sehen hier, das ist der 100-Prozent-Bereich. Also das wäre im Vergleich zum neuen Klima Mittel 1991 bis 2020 die 100-Prozent-Marke. Da sind wir jetzt fast schon dran in diesem August 2023. Wir hatten es eben schon gesehen, knapp über 90 Prozent vom Regensoll ist schon erfüllt worden. Und wir haben erst die Hälfte des Monats vorbei. Also auf jeden Fall ist das bisher ein nasser August. Und er könnte wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch nasser werden. Denn wir erwarten weiterhin Starkregen. Das Ganze könnt ihr live verfolgen auf unserer wetter.net-Wetter-App. Gibt es kostenlos zum Download im Google Play Store. Einfach mal runterladen, installieren, testen und gerne eine Bewertung hinterlassen. Wir schauen auf das Wetter in der kommenden Nacht. Wie gesagt, die Schauer und Gewitter ziehen in der zweiten Nachthälfte weiter Richtung Osten und Nordosten. Hier zum Teil kräftige Gewitter, zum Teil auch Unwetter. Und die Temperaturen, sie gehen so auf 18, 19 bis 13 Grad zurück. Morgen insgesamt durchwachsen, aber relativ warm. Wir sehen das hier sehr schön. Die warmen Luftmassen sind eigentlich überall hier in West-, in Mittel- und in Osteuropa unterwegs. Mittendrin immer wieder verschiedene Wetterfronten. Und die bringen dann eben immer wieder auch Schauer und Gewitter. Auch morgen, der Donnerstag, bleibt durchwachsen. Zwar Sonnenschein, aber weiterhin eine drückende Schwüle. Und in diesen schwülen Luftmassen bilden sich erneut zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen nach Norden gerade mal 17, 18 Grad. An der Ostsee bis zu 23 Grad. Berlin-Brandenburg 29 Grad. Und bis zu 31 Grad messen wir im süddeutschen Raum. Dann zum Freitag langsam eine Wetterberuhigung. Noch einzelne Schauer im Nordwesten Richtung Nordseeküste. Aber auch hier wird es langsam wärmer bis zu 27 Grad. Ansonsten 31 bis teilweise 35 Grad am Oberrhein. Da wird es also richtig heiß werden. Und warm bis heiß geht es auch am Samstag weiter. Auch im Norden 25 bis 32 Grad. Im Osten bis zu 34 Grad. Hier im Südwesten sogar knapp 35 Grad. Zum Abend dichte Wolken aus Westen, vielleicht auch mal das ein oder andere Hitzegewitter. Etwas freundlicher wieder zum Sonntag. Viel Sonnenschein und die Temperaturen bleiben auf sommerlichem Niveau. Auch im Norden 27, 28 Grad. Im Süden meist über 30 Grad. 33 bis teilweise 34 Grad im Breisgau. Und wie gesagt sehr viel Sonnenschein. Später im Osten einzelne Schauer und Gewitter. Und auch die nächste Woche bleibt wahrscheinlich sehr warm, sehr heiß muss man sagen. In der Landesmitte und im Süden so 32 bis 35 Grad. Nach Norden 28, 29 Grad. Am Niederrhein bis zu 31 Grad. Also überall sehr sommerlich, sehr heiß und recht viel Sonnenschein. Nur selten mal einzelne Schauer und Gewitter. Und auch der Dienstag nächste Woche sehr freundlich mit viel, viel Sonnenschein. Die Temperaturen schaffen es auf 28 Grad an der Nordseeküste. Und vielleicht sogar 37 oder 38 Grad hier im Südwesten. Es könnte also hier richtig heiß werden im Verlauf der nächsten Wetterwoche. Relativ ähnlich auch der Mittwoch im Norden 27 bis 30 Grad. Im Osten 34, 36 Grad. Und ansonsten 36 bis 38 Grad im Südwesten. Das ist zumindest die aktuelle Prognose vom europäischen wie auch vom amerikanischen Wettermodell. Es könnte nächste Woche richtig warm oder heiß werden. Und auch Donnerstag, Freitag, Samstag in der nächsten Woche blieben alle drei noch relativ warm bis heiß. Am Donnerstag sogar an der Spitze 38, 39 Grad. Nicht ganz ausgeschlossen. Freitag in einer Woche viel Sonnenschein. 27 bis 36 Grad. Und der Samstag, nächster Samstag, 25 bis 33 Grad. Und dazu recht viel Sonnenschein. Wir blicken mal auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Das ist die ganz frische Berechnung vom deutschen Wettermodell Icon. Und wir sehen die Luftmassentemperatur in 1500 Metern. Am kommenden Samstag im Osten und im Süden zum Teil knapp 20 Grad in dieser Höhe. Und das heißt unten am Erdboden, da können wir mal 15, 16 Grad oben draufschlagen. Da kommen wir mal 35, 36 Grad raus. Ein bisschen kühler bleibt es hier im Nordwesten, weil eben kühlere Luftmassen heranströmen. Und wir schauen mal weiter im Vergleich auch auf den Samstag nach dem europäischen Wettermodell. Und das macht es insgesamt überall relativ warm. Wir gehen noch mal kurz zurück. Das deutsche Modell sieht hier ein bisschen kühlere Luftmassen im Nordwesten. Das europäische sieht aber überall sehr viel Wärme. Zum Teil 21, 22 Grad in 1500 Metern Höhe. Und da kann man, um unten anzukommen am Erdboden, nochmal 15, 16 Grad oben draufschlagen. Und da ist man wirklich ziemlich weit in der Hitze drin. Bis 35, 36 Grad unten am Erdboden. Und wir schauen noch ein bisschen weiter. Die Entwicklung am Montag ist dann auch bei den Europäern wieder ein bisschen unsicherer geworden. Die Hitze bleibt im Süden erhalten. Aber hier im Norden, da knabbert die kühlere Luft schon herum. Und die versucht hier einzudringen in den Norden. Sorgt hier für angenehmere Luftmassen. Aber zum Mittwoch schon wieder, da drückt die Hitze hier aus Südwesteuropa massiv dagegen. Aus Frankreich kommen die sehr warmen Höhenluftmassen voran. Bis nach Nordostdeutschland. Und noch einen Tag weiter auf den Donnerstag geblickt. Da wölbt sich die Hitze wirklich enorm auf. Vor allem hier im Südwesten des Landes 24 Grad werden da ausgegeben. 24 Grad in 1500 Metern Höhe. Und ich hatte es eben schon gesagt, da können wir nochmal 15 Grad oben draufschlagen. Vielleicht auch 16 Grad für die Temperaturen unten in Erdbodennähe. Und da wären wir bei 38, 39, vielleicht sogar 40 Grad. Das ist zumindest der aktuelle Trend für nächste Woche Donnerstag, für den 24. August. Es bleibt also weiterhin spannend, ob es tatsächlich so heiß nächste Woche werden wird. Das müssen wir noch letztendlich etwas abwarten. Die Regensummen bis Samstag, 26. August nach dem europäischen Wettermodell. Teilweise relativ wenig, aber hier so mittendrin, da sind es schon mal stellenweise 20 bis 40 oder 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Vieles fällt auch in den nächsten Stunden bei diesen kräftigen Schauern und Gewittern, die hier im Südwesten aufziehen und weiter in die Landesmitte hineinströmen. Und noch weiter der Blick auf die Ensembles. Und man sieht auch hier, es bleibt dabei, es könnte zum Monatsende langsam wieder kühler werden. Das Ensemble Mittel rutscht dann deutlich nach unten. Das heißt, diese sehr warme oder heiße Phase wäre schnell wieder vorüber. Und dazu immer wieder Regensignale, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Wir blicken im Westen mal auf die Luftmassentemperaturen 1500 Metern Höhe. Und da bekommt man so ein Gefühl dafür, wie warm es momentan ist. Normalerweise erwarten wir so diese Jahreszeit um die plus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Jetzt geht es rauf auf 20 Grad, also doppelt so viel. Und deswegen, wir liegen deutlich über dem Klimamittel drüber. Und das mindestens bis zum 27. August nach dieser Trendprognose. Und ab und zu sind einzelne Schauer und Gewitter mit dabei. Der Blick nach Ostdeutschland hier auf die 2 Meter Temperatur. Es geht im Mittelrauf auf 30 bis 35 Grad. Dann bleiben wir meist um die 30 Grad. Aber auch hier gilt, ab dem 27. August könnte es kühler werden mit einzelnen kräftigen Schauern und Gewittern. Und wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Sehr stabil um die 30 Grad. Mehrere Tage hintereinander 30 Grad plus X. Das ist eindeutig eine Hitzewelle im Süden des Landes. Danach leichte Abkühlung möglich. Wobei diese Tendenz aufgrund der großen Streuung noch unsicher ist. Aber das Ganze könnte dann verbunden sein mit kräftigen Schauern und Gewittern. Und wir schauen noch mal in die Landesmitte hinein. Hier auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Und wir bleiben eigentlich so bis zum 26. bis 27. August immer über dem langjährigen Klimamittel drüber. Also für die Jahreszeit zu warme Luftmassen in der Höhe. Und die bringen nach unten recht hohe Temperaturen. Und dazu immer wieder einzelne Schauer und Gewitter. Also aufgepasst. Heute Nachmittag im Südwesten. Später in der Landesmitte zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Bis in die Nacht zum Donnerstag hinein. Morgen noch mal schwülwarm und gewittrig. Zum Freitag freundlicher, wärmer. Und nächste Woche vielleicht sogar noch mal extrem heiß. Das war's vom Wetter. Tschüss, bis bald. Zitat. Zitat.